Die großen Schülerzahl ist zwar vorbei, aber wir haben auch noch eine solide und bescheidene Tagungsarbeit. In diesem Fall handelt es sich um eine Kooperation von zwei Lehrkräften, kann man sagen, zum einen, die Simone Ollata, die Schüler hier in Grießheim unterrichtet und unser Thomas und Frau, die unsere Schüler unterrichtet und die haben sie dann zu einer Kuppertus auch gefügt, die sie jetzt sozusagen als Projekt hören wird, mit der Westbühne. Guten Tag. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aplausos 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 Aplausos